Hallo und schön, dass ihr dabei seid bei diesem Gewinnspiel-Video, beziehungsweise in dem Fall zur Verlosung der Eispakete von Armored Warfare. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön, dass das geklappt hat und da MyCom wirklich ein cooler Partner auch ist. Also ich muss sagen, mit MyCom und Wargaming hatte ich dieses Jahr sehr viel Glück und in dem Fall jetzt also die Eispakete-Verlosung. Ja, es gab ein Paket hier bei Wargames News, da waren es glaube ich 57 Kommentare, also schon nicht verkehrt. Bei YouTube waren es nochmal mehr, da waren es 157 Kommentare und ich habe endlich eine Möglichkeit gefunden, dass ich euch zeige, wer A gewonnen hat. Das mache ich ja schon länger, aber auch, dass ihr seht, dass es wirklich sehr, sehr random ist und dass ich hier keinen bevorzuge oder bevorteile. Und zwar gibt es hier ein kleines Plug-in, wo es die Möglichkeit gibt, hier einen Gewinner zu bestimmen. Der pickt also random einen Gewinner von der Wargames News-Seite und natürlich bei YouTube, da kennt ihr das schon. Also das heißt hier, pick winners, in dem Fall pick einen, das heißt nur ein Eintrag wurde gestartet und der durfte dann aber auch gewinnen und eben nicht multiple Einträge oder es wurde auch niemand disqualifiziert für multiple Einträge, weil man kann ja auch trotzdem was schreiben. Das Sort 10 hat hier einen der beiden Codes gewonnen. In dem Fall das Sort 10, du bekommst den Code dann direkt an die hier hinterlegte E-Mail-Adresse. Jetzt hoffe ich, dass die auch richtig ist, also ansonsten hast du ein Problem, nicht ich. Und eben bei YouTube gab es ja auch noch einen, das heißt hier brauche ich die ID, dann kommt hier der Random Comment Picker, habe ich eigentlich schon alles vorbereitet, da Load Comments, da werden jetzt alle geladen und dann Randomly Pick Winner und da ist jetzt auch so, daumen drücken, der René Müller. René Müller, du bekommst deinen per YouTube Nachricht, das heißt in dem Fall kann ich dir hier eine Nachricht senden und du kannst dir die bei YouTube dann rausziehen. Da gibt es im Dashboard, kannst hier drauf, YouTube Studio kannst gehen, da gibt es links Nachrichten, da kannst du dir dann rausziehen, ich kann es nur jetzt nicht machen, weil ansonsten ihr alle meine Nachrichten seht und ein bisschen Datenschutz muss ja auch sein. So, dann haben wir es geschafft, die Pakete sind verlost. Vielen Dank fürs Mitmachen, über 200 sind eine tolle Zahl. Ich hoffe auch, dass beim nächsten Mal, dass ihr auch alle viel Glück haben werdet und natürlich das Wargaming-Gewinnspiel läuft noch etwas länger, also von dem her, da drücke ich euch noch weiterhin allen die Daumen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba und tschüss!